Das kommende Album trägt den Titel Contour Top of the Clubs Volume 95. Das Album erscheint voraussichtlich am 6. Januar über das Label Contour Records. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.